Und willkommen zurück zu Let's Play Fire. Wie ihr seht sind wir hier nochmal im Regentanzlevel. Das liegt daran, weil ich dachte mir, naja, kann es euch mal anfangen, Münzen zu suchen. Zwei habe ich jetzt schon gefunden. Einmal die in dem Körper-Transform-Level. Aber die wollte ich nicht zeigen, weil dafür muss man jede einzelne Kombination durchstehen. Das wäre dann doch etwas langweilig geworden. Als wir es selbst machen will. Es ist nicht schwer, nur zeitaufwendig. Bei den Leveln mit den Mini-Transformern, die Musik gemacht haben, dann muss man einfach alle vier holen. Eins, zwei, drei, vier. Zwei aufbauen. Ist auch nicht schwer, hat aber bei mir auch einige Zeit gekostet, das herauszufinden. Deswegen habe ich das nicht mit hier drin. So, ähm, hier. Dann wurde mir Gott sei Dank gesagt, wie man an die Münzen kommt. Weil ja, auf die Dänen, doch hier aber, da komme ich nicht drauf. Und zwar muss man hier auf die Keule klicken. Hier die Maus lassen und drauf lassen. Dann kriegt man hier die Münze. Wer kommt denn auf sowas? Gut, wenn man sich alles einzeln anguckt, aber dafür brauchen wir ja nicht die Zeit eines Let's Plays verschwenden. Hier kann man auch gleich mal anfangen. Und zwar in jedem, da müssen wir jeden einzelnen Stamm markieren. Ja, das hatte ich beinahe mal erledigt, aber dann doch nicht, weil ich mir dachte, gut, machst du mal das, was du machen musst. Hätte man es auch nur gleich gemacht, da könnten wir uns jetzt hier den ganzen Mist sparen. Laufen wir mal zurück. Begen den alten Typie. Lassen sie sich wieder austruhen. Und ich sehe gerade, das sind nicht nur Schafe, das sind Dino-Schafe. Yay. Hässliche Dino-Schafe, aber Dino-Schafe. Naja, gibt's auch nicht so oft. Gut, wählt mal den guten Herrn erstmal. Steh auf, du Sau! Ne, was ist los? Du bist hier, tanzen. Ja, dankeschön. Und jetzt auf Nimmerwiedersehen. Naja, solange Bongo drüber lachen kann, ist ja alles gut. Wir sehen uns hier nochmal den Regenstab. Lass uns nochmal regnen, damit die Wolte da oben verschwindet. Martieren die letzten Sterne und dann haben wir das soweit auch geschafft. Dann können wir endlich ins nächste Level. Mit schwarzer Wand und so. Bling. 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 Und da haben wir sie. Und 15 von den Münzen. Ähm, wir könnten jetzt eigentlich nochmal fix da reinschauen. Ich meine, den Level, den wir werden wir sicherlich innen schaffen. Wenn es weiter unser Komplex bleibt wie hier unten, dann wird das nichts. Dann wird das nichts. Schauen wir mal, ob es hier in die Truhe ist. Ähm, das haben wir gesehen. Jetzt haben wir jetzt das nächstes. Ach, das hier wäre doch auch ein super Figurendesign gewesen. So hätte man das lassen können. Hätte nochmal eine eigene Note gehabt. Hier die Ideen, wie man es hätte machen können, wenn man eine Frage gehabt hat, aber so ist es dann geworden. Halte ich für eine gute Idee. Und hier, ach, nochmal aus dem Prototypen. Ein paar Bilder schon. Wir wollen uns ja dann später nochmal angucken, wenn ihr das wollt. Ich müsste mir einfach schreiben. So, ab in die nächste Welt. Ich will wissen, was es mit dieser schwarzen Wand zu tun hat. Na, näht der Affen? Alle Zeichen? Oh Gott, was ist das denn? Ich hoffe, es hat nichts mit dem Level zu tun. Ansonsten habe ich ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie man mit sowas hier umgeht. Beziehungsweise, was man überhaupt damit machen soll. Gut. So, Bongo, könnte man nicht mit Affen kommunizieren. Ist auch nicht so das Mathe-Genie. Das erinnert mich jetzt an diesen komischen Krieg der Welten-Film. Wo das riesige Smartphone aus dem Boden kommt. Ach, nee, das war Scary Movie. Ja, aber, komm doch hin. Alles klar. Hey. Na? Halt nicht. Hey, Banane, ich will die Banane. Give me the banana. Oder lass es halt sein. Wie auch immer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ernsthaft. Ich wollte mich ver... Hey, eine Banane. Ich will die Banane. Höhöh. Ähm. A, B. B, 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 B. B, B, B. Und nun? Wie geht es hier, mich nicht? Ich muss doch unten einen Sinn haben. Ich muss doch unten einen sinnvollen Sinn haben. Ah, K, B, 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 B. Da ist ein Knopf. Jawohl, ja. Genau, vollziehlich. Eine Batterie. Müssen wir jetzt das Handy aufladen, oder was? Ist das wirklich ein Handy? Ja, das wär's ja noch. Was passiert, wenn wir das da hinstellen? Ich hol dir eigentlich die Banane hin. Natürlich. Das war so klar. Okay, gehen wir mal hier rüber. Nehmen wir jetzt die zweite Banane. Und mit dem hier geben? Scheinbar ja. Ja, mein Freund. Wieso haben die alle Bananen? Quatsch, Batterien. Ist das normal gewesen? Ah. Ich will mich nicht beschweren. Nicht wahr? Ich will mich nicht beschweren. So, jetzt musst du's nur noch schaffen. Das klappt ja wieder perfekt hier. Okay. Was haben alle drei Bananen hier Futter? So, jetzt müssen wir das lesen auf einmal. Was? Was? Strich, Strich, Strich. Ja, ich würde sagen, eine Anzahl der Striche. Dann kommt das hin. Ich habe solche Bilder, Rätsel. Rätsel, dann kann ich das relativ gut. Dann geht der Pfeil nach unten. Und wir haben drei. Und wir haben drei. Nähern sich an. Nähern sich an. Jetzt ist unten. Jetzt ist unten. Jetzt ist oben. Ich habe die zwei zurück. Das ist ein zweiter. Ich habe die zwei zurück. Das ist ein zweiter. Mal gelb-blau. Zack. Boah. So was mag ich überhaupt nicht. Der da fällt aus. Das geht schon mal nicht. Wenn wir das so falten. Ich würde es sogar sagen. Was ist der hier? Oh Mann. Oh. Tut mir leid. Also nochmal von vorne. Hier. Der Pfeil. Das Ding. Das Ding. Der kann es nicht sein. Weil die da gegenüber von Punch sein muss. Also muss es dann der hier sein. Yay. Und du hast was dazu gelernt. Und hat Kopfschmerzen und Knutkolle. Was zum Teile. Oh Gott. Das haben wir jetzt aber nicht für immer, oder? Sex. Okay. Na gut. Ich würde sagen. Wir lassen jetzt eine Dirt. Obwohl. Einen Baumdunen haben wir noch. Ah. Das hat es mit diesem Strich-Turz auf sich. Gott sei Dank. Ich glaube das muss ich echt machen. Wir haben nur zwei. Zwischen Code. Dann sagen wir mal den Code. Zwei irgendwas sechs. Noch mal weiter. Noch mehr davon. Okay. Das ist tatsächlich ein Handy. Zwei irgendwas sechs null. Zwei acht sechs null. Okay. Jetzt sehen wir mal das hier eintippen. Das? Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Na gut. Geben wir mal ein. Zwei acht sechs null. Ja, mach rein. Zwei. Acht. Sechs. Toll. Erfolg. Gut. Was machen wir denn zuerst? Was sagen wir machen das jetzt zuerst? Ach, Formel. Oder sowas ähnliches. Ach Gott, nee, ne? Ach, nee. Das ist natürlich sehr gut. Das ist natürlich sehr gut. Haben wir Gold? Natürlich haben wir Gold. Und wo hat's ja? Ist das ein Chat? Ich glaube, das ist ein Chat. Können wir irgendwas machen? Ah. Liebe. Smiley. Schön. Bongo unterhält sich, ohne sich zu unterhalten. Ja, soll ich jetzt nicht warten, bis es voll ist. Okay. Wir merken, Bongo. Zeigst du ein gewisses Muster auf. Kommt das Feuer da, als schläft er uns ein. Ja, ein Futter von Bongo schießen. Schön in Grau hoch. Noch ein bisschen schärfer. Zeigst du, ich helfe. Wunderbar. Nicht? Achso, ich denke, ich soll ihn so machen, wie er wirklich ist. Okay. Zack. Und was haben wir hier? Download. Dann lass mal mich nicht downloaden. Oh, ist das gut. Oh, fuck. Oh, Mann, ey. Jawohl, ja. Das will ich hier raus. Der Wahnsinn des Handys. Münze. Ich will die Münze. Gib mir die Münze. Nein. Ah. Na gut. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Wir sehen uns dann hier morgen wieder. Bis dann. Bye, bye. Bye.